Grüßt euch, hier ist wieder der Andi vom Elsa-Kanal. Wir sind jetzt hier in der Nähe vom Hochgrat und es ist schon ziemlich heiß und die Hunde haben hier die Idee gefunden, wie sie sich kühlen können. Wir haben noch keine Idee, wie wir die nachher sauber machen können, aber wir hoffen mal, dass wir die noch irgendwie an einem Bergbach unten vorbeiführen. Also das ist schon, ja, so in der Form jetzt auch das erste Mal, dass sie sich hier wirklich wie Wildsauen verhalten. Die Kerstin, ich weiß nicht, gehst du auch noch rein? Nein. Okay, alles klar. Ja, meine Lieben, also soweit zur Kühlung von Jagdhunden und den Ideen, wie man sich kühlt. Und ja, das war's erstmal vom Gipfel des Hochgrat oder in der Nähe. Die Gipfel ist dort oben, genau. Fango-Packung. So, okay, das war's für heute. Tschüss, Andi.